da sind wir beim nächsten opening welcome to the fungal also nicht jungle sondern fungal das ist so ein amerikanischer wortwitz das secret layer traditioning foiling das heißt wir haben hier einen voll effekt was man vielleicht auch schon sieht wenn ihr schaut ich glaube wenn ich das richtig fühle biegen die sich schon da richtig cool drin wir haben wieder fünf karten und zwar auch aus 20 22 und ich habe ehrlich gesagt null ahnung was da drin ist die ganzen secret wurden zur fügung gestellt vom lieben lipclub ak farby vielen dank dafür und ja dementsprechend kann ich das euch zeigen was da so drin ist und ihr kriegt hier eine first reaction sozusagen eine reaction thank you for being mir wird schlecht wenn ich das sehe ich tu das mal weg das ist ja ganz schlimm und wo ist das papierbooster was oh gott oh gott ich ahne schlimmes es sind das so karten die man nicht lesen kann sind das karten die man nicht lesen kann bitte sagen wir sind karten die man lesen kann und nee ab und dann grove ist ein enchantment aura wie ein schartenden land und wenn das tappen habt das noch für ein grünes und ich glaube sogar wenn das spiel kommt dann der von der karte 10 genau ne genau ein tap für man ab und wenn das spiel kommt dann für karte 10 was ist mit diesem artwork warum sind da so viele pilze okay ich hätte es ahnen können ich hatte ja hoffnung dass irgendwie um um fungus geht das ist die artwork so fuß was creature fungus das habe ich hin das ist ein mikoloth oh mein gott mikoloth ist eine großartige karte ich habe sie gespielt im standard mit die wort 2 und jedes mal wenn man zwingend für song segments kriegt man ein 1 1 fungus für jeden plus 1 1 mark auf dem die worre heißt verkannt kreaturen ab von dem plus 2 plus 2 marken zu geben also 2 plus 1 marken oh mein gott was haben sie dir angetan mein freund mein alter freund oh mein gott ist das schlimm alter ist das schlimm oh junge dann haben wir ein gave das ist der commander fungus commander richtig das heißt wir haben hier vielleicht so ein gave starter deck dann haben wir doch was mit fungus zu tun das ist fungus schamane aber auch das artwork ist das alles wieder dasselbe ne das ist dino nil das sind verschiedene künstler die wahrscheinlich als angewölten wurden pilze zu malen mein gott gave dann haben wir ein was slime food das dauert ich kann euch nicht vorlesen was da unten drin steht weil ich es nicht lesen kann ich kann es auch auf hier nicht lesen ist immer wenn subrolling irgendwas machen es ich liebe das artwork es ist super cute hier auch mit dem wunderschönen bild und so weiter mit den augen hier oben so ist super cute aber ich kann es nicht lesen ich kann es absolut nicht lesen dann haben wir ein subrolling token hat der backside der ist einfach nur ein subrolling token auch den den finde ich wiederum richtig hübsch den finde ich wiederum richtig geil da muss ich sagen den den feier ich der ist nice und wir haben ein plaques lever tatsächlich einer der besten weil er vier mann von fünf ist weder mal nicht gespielt ja das ist welcome to the fun girl ein gave starter set ich mag ja so secret layer die wohnen commander drin ist und dann so ein commander starter pack drin ist haben jetzt auch mit posch gemacht vor einer langer zeit es gab es zu den us es gab es zu einer menge anderen karten dementsprechend das hier ist ein gave starter deck ein gave subrolling starter deck und das finde ich cool und dementsprechend auch wenn ich die artworks echt nicht feiere und die karten nicht lesen kann ich mag solche starter sets für allem vor allem vor allem für alte commander decks deswegen sehr sehr cool vielen vielen dank an ihr lieben fabi dass ich das hier öffnen durfte und euch zeigen durfte und ja wenn ihr mich unterstützen wollt ich habe patron ab drei euro im monat könnt ihr mich unterstützen sowie diese coolen leute hier alle und ab einem gewissen betrag landet ihr auch auf dieser karte hier und auf ab einem gewissen betrag schicke ich euch manchmal etwas zu wenn es denn passt und ja soviel dazu wir gehen mal weiter und ich hoffe ihr hat spaß wir sehen uns beim nächsten video daumen nach oben liken abonnieren dem bruder zeigen dem vater zeigen oder sonst was und ja wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin neue black sit ciao ihr ihr